Porea Auch als Kokosnussspilze oder indisches Brot bekannt. Ein anerkannter Heilpilz in der traditionellen chinesischen Medizin, der aber auch in anderen Kulturen bekannt ist und verwendet wird. Seine Hauptwirkung ist die Regulierung des Flüssigkeitshaushalts und des Lymphflusses. Sie harmonisiert den Energie- und Chifluss im Körper. Es verhindert, dass überschüssiges Wasser im Körper zurückgehalten wird und dort stagniert. Adieu geschwollene Gliedmassen Beruhigt das Herz und die Seele, stärkt das wichtigste lymphatische Organ, die Milz. Seine Wirkstoffe unterstützen die Nierenfunktion und regulieren den Urinhaushalt. In den Wechseljahren reduziert es Hitzewallungen. Immer mehr Kosmetikfirmen mischen es wegen seiner positiven Wirkung bei Hautproblemen in ihre Produkte. Traditionelle chinesische Mediziner glauben, dass es die Intelligenz eines Menschen maximieren und Gedächtnisprobleme bei Patienten verbessern kann. Wirkung, dass es die Diabletzung bei Hautprobleme ist. Wirkung, dass es die Männern nicht mehr, als sie wirklich durchführen können. Wirkung, dass es die neue Produkte ist.